so und wir haben jetzt daten hochgeladen und das wollte ich nicht ich war ich habe selber nicht gelesen gerade auf jeden fall haben gerade die daten hochgeladen die wir irgendwo gefunden hatten wir sollen gucken was er jetzt verändert hat naja erstmal gucken wo ich dass die karin ist platinen zum bergen bringt ja gut credits und ja und das sind eklips leute ich wollte nur gucken was sie sind gut eclipse mit max wieder mal dabei schalten wir die mal zuerst ab und das könnte es zu mir oder ich glaube schon aber diesen kugeln ja ich glaube man muss mir merken die hier eine kürze mir gut also hier sind immer noch eklips seltener die auch versuche noch die schoss die karin aufzuhalten und da ist die die frau die wir suchen sagen sie mir was ich wissen will und ich bin sofort weg wo haben sie sie hingeschickt sie glauben ich verrate sie sie würde mir schmerzen zufügen die sie sich nicht vorstellen können wie hieß das schiff ihr leben hängt von der antwort ab lieutenant selbst wenn sie mich töten wird eine von uns sie kriegen just die karin wie hieß das schiff mit dem sie geflohen ist fahren sie zum teufel mögen sie frieden in den armen der göttin finden meine gegner sind die eklips schwestern aber jetzt stehen drei gut bewaffnete kämpfer vor mir sind wir freunde oder feinde ich bin kommander scheppert und ich brauche ihre hilfe bei einer wichtigen mission samara das ehrt mich aber ich stecke mitten in einer ermittlung sie müssen mir helfen die kollektoren zu besiegen die kollektoren sind ein würdiger gegner ich würde mich sehr gerne mit ihnen messen aber ich bin auf der suche nach einem höchst gefährlichen flüchtling ich hatte sie hier in die enge getrieben aber die eklips schwestern haben sie weggebracht ich brauche den namen des schiffes auf dem sie war bevor die spur kalt wird ich wünschte sie würden den menschen begleiten justikaren ich habe befehl sie zu verhaften wenn sie nicht gehen sie gehen ein großes risiko ein indem sie ihre befehle befolgen detektiv zum glück muss ich mich nicht weigern mein kodex verpflichtet mich dazu einen tag lang mit ihnen zu kooperieren danach muss ich meine ermittlungen fortsetzen so schnell kann ich sie nicht wieder freilassen sie werden mich nicht aufhalten können ich besorge den namen des schiffes wenn sie das tun schließe ich mich ihnen an dann ist dem kodex genüge getan haben sie irgendwelche spuren der volus händler pitney fuhr ist darin verwickelt eklips söldner wollten ihn aus dem weg räumen holen sie die wahrheit aus ihm raus er kennt vielleicht einen weg in die eklips basis nun ich muss zurück auf mein revier und sie muss ich wohl mitnehmen ich danke ihnen shepherd kein problem so pitney form befragen das ist der kleine typ hier der was auch immer ist für eine spezies ist hallo erdenklan haben sie mit dem detektiv gesprochen sie haben behauptet von all dem nichts zu wissen sie haben jetzt genau eine chance diese aussage zu korrigieren was soll das heißen erdenklan ich will doch ach herrje bitte nehmen sie das weg ich werde auch kooperativ sein das schwöre ich erzählen sie mir alles darüber ich habe eine chemikalie nach ilium geschmuggelt die im kampf biotikkräfte verstärkt und giftig ist sie außerdem ich habe möglicherweise vergessen letzteres gegenüber eklips zu erwähnen darum sind sie jetzt ungehalten und wollen mich umbringen es klingt als wären sie ein betrüger dessen praktiken sich jetzt endlich einmal gerecht haben völlig richtig aber ich hätte nicht so lange als händler überlebt ohne zu wissen dass man bei guten geschäften manchmal ein wenig großzügig mit der wahrheit sein muss eklips hat kürzlich jemanden von dieser welt geschmuggelt ich brauche den namen des schiffes das sie weggebracht hat ich weiß nichts darüber dass sie leute schmuggeln aber in ihrer basis gibt es darüber bestimmt unterlagen ich habe einen passierschein der ausgestellt wurde damit ich meine ware importieren konnte ich musste ihn zwar abgeben habe aber zufällig noch eine kopie davon nehmen sie ihn aber vorsicht jede eklips schwester muss einen mord begehen um sich ihre uniform zu verdienen sie sind alle sehr gefährlich gut wir haben jetzt den zugang dazu das mittels versteck versteck nur die frage wo ist ok laut karte ist unser ziel da ah ok der fahrstuhl gut fahrstuhl konsole und dann fahren wir mit dem fahrstuhl und zwar nach unten gut aber soweit ich soweit ich das soweit ich das Moment soweit ich das mitgekriegt habe sind wir bisher in ilium nur auf zwei Gebäuden gewesen ich meine auf diesen riesigen Hauptgebäude hier und einmal in diesen und einmal in dem Turm in dem wir waren noch im weg genau hier gibt es noch so behälter mit gas kann man zeigen hier die wieder oder sind sie ist die ich weiß es nicht irgendwelche behälter ich bin o da sind auch noch welche scheiße 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 die dinger genau hier dieses gas verstärkt biotik aber und ich hasse asari eklips seltener ich hasse sie ich hasse sie wirklich diese gegner sind das schlimmste was es gibt weil sie ganze zeit nur am rumschreien sind ob sie nur einen schaden bekommen oder nicht so gut ich schau jetzt wenn ich hier so ein bisschen reinlaufen nur moment ein bisschen mehr ihr seht ich fange an zu leuchten und habe jetzt stärkere biotik was man hier machen kann ihr seht mein feuer zum beispiel wandert die leute da wie gesagt ich hasse sie wirklich ich bin froh wenn ich das hinter mir habe hier hey sturm schrubflinte ah eine neue sturm neue schrubflinte skimita heißt sie ich kann sie nicht nehmen ist aber für mich relativ egal aber ein neues upgrade für meine mitglieder schrubflinte ich habe kein einziges mal abgefeuert ich habe zwar so getan weil die anderen eklipschwestern zugesehen haben aber ich habe nicht geschossen wie auch immer tun sie einfach so als würden sie weiter atmen ich gehöre nicht zu ihnen ich bin ein neuling ich dachte es wäre cool elnora die seltenerin zu sein aber ich wusste ja nicht was mich hier würde sie haben ihre seite gewählt elnora und verloren scheiß drauf bastard und scheiß auf dich ok es war jetzt ein bisschen fies aber ich muss auch ein bisschen ein bisschen abtrünnig bekommen was das wohl ist und außerdem es war ganz normal der eclipse der jetzt zwar sagt er hat nicht auf uns geschossen aber naja gut dann geht es weiter und ich schieße erstmal daneben schön so meck ok irgendwie mein aim ist heute nicht so gut also noch den mech ausschalten und war sonst noch irgendwo jemand wir haben ja wieder eine frontkämpferin ok schnell kaputt machen bevor sie wieder anfängt zu kreischen so ok die nächste welle besiegt ohne große probleme der vorrücken müssen money aufsammeln und einmal zweimal und für die letzte wo sie merken 5 ist hochwerfen gut simulier noch schnell und ja ich habe jetzt gemerkt 5 ist hochwerfen gut wir haben wir sind öfter einsetzen ich glaube ich das legen wir auch gleich nochmal oben warte mal ähm hier schmettern lege ich mir mal auf 1 und lege mir mal meine Kyro Munition auf 5 das auf 7 und meine andere Munition hier im Moment und warum habe ich meine Kyro Munition nicht an Kyro Munition ist richtig cool eigentlich naja ab jetzt ist er an ich werde auch bald sehen warum sie wirklich cool ist so schnell gehackt und was weitergehen ja da kämpft auch gerade gegen die richtigen Gegner aber nicht zu anderen kuh heute ich will ich will die kann hier rumschicken so aktivierung also so okay die anscheinend kann man Max doch nicht hochwerfen oder nochmal probieren doch kann man aber ihr seht meine Schüsse frieren Gegner jetzt ein schau so der hat es gerade überstanden anscheinend aber normal sie frieren ein und sind handlungsunfähig und wenn sie auftauchen fallen sie um erst mal